so 321 willkommen zu universum der februar patch ist raus und wir sind aktuell auf version 0.0.30 punkt und so weiter und so fort es gibt jede menge neuigkeiten lest euch selber durch geht auf die seite wir fangen neu an so das lädt jetzt ein bisschen wie rasieren sich nuggets die achselhaare eine frage ja ich freue mich schon drauf dass man wieder ein bisschen gewuselt wird ich hoffe diesmal stürzen wir nicht wieder das ganze nugget volk ins verderben indem wir die seen leer trinken zu viel fische fangen und so weiter und so fort würdest du es vorziehen geliebt oder gehasst zu werden ach ja stimmt in dem spiel sind wir gott und wir müssen so ein kleines volk beeinflussen dass sie sich entwickeln ja wake up wake up kreator ja das ist der beginnige of your story it starts with nothing war nothing but an infinite void ist ja untertitel englisch okay es werde licht und so the universe sprang into being world's filled with endless potential were scattered into the beyond they formed into many different shapes and sizes and while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone others flourished these few planets soon became home to the greatest phenomenon of all and others flourished hallo ihr kleinen schicks und so schnell wie ein bisschen der spasste wälder in eine atmosphäre ups So, kommen wir jetzt hin zum. Auf unseren Planeten. Es braucht eine Hilfe. Ah, hier sind sie. Willkommen zum Planeten. Das ist eine sehr gute Sicht. Denn es kam zu sein, dass es Tag und Nacht gab. Wärmheit und Wälder. Und Wasser, um durch den Planeten zu fliegen. Ein schöner Planeten. Der Boden war rich mit Mineralien, die auf einen grossen Blanket von Grün gebracht haben. Das perfekte Ökosystem wurde entwickelt. Es ist kein Wunder, warum es das Leben entschieden hat. Eine neue Spezies wurde. Und sie brauchen Gelegenheit. Das ist jetzt dein Ziel. Ich gebe den kleinen Führung. So. Schauen wir erstmal den Planeten an. Wasser, Wasser. Das ist ein relativ großes Wasser. Bäume. Ich glaube... Ich glaube... Ich werde die hier ansiedeln. Das ist eigentlich zu klein. Wir gehen hier hin. Ausblick am Wasser. Zack. Jawoll. Nuggets. 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 Elu. Elu und Abba. So, primitive Werkzeuge. Lass mal hier schließen. Primitive Werkzeuge. Schalt und Beleuchtung, Beutem, Feuer. Primitives Kochen. So. Dann werden wir sie mal gleich umbenennen. Hallo, To. Anna. Anna, die erste. So, und To. Anna und... Anna und Adam, eins. Zack. Oh, wir sind zu hoch. Wir sind zu hoch. Dann gucken wir mal. Können wir schon was bauen? Nein. Ein Archiv brauchen wir noch nicht. Komm. Dann baut erst mal eine Hütte für euch. Beide sind leider nicht gläubig. So, la, la. Do I look like your secretary? Answer your own messages. So. Mal schon. Einfach Holzwelle. Oh, jetzt passt's. Buch der Liebe. Nutze die Kraft von Amos Pfeil. Okay. Mach ich. Ich glaube nicht, dass du nichts über die Reproduktion, Kreator. Einfluss. Liebe. Jetzt... müsste ich nur wieder rausfinden, wie ging das nochmal. So. Bitte sehr. Buch der Liebe. Und beide glauben sie an mich. Oh, ich mag dieses Forschungsstuff, Kreator. Wie geht's jetzt? Wir machen etwas gefährliches und Spaß. Schachtfrohnen. Schachtfrohnen. Wasserpumpe. Oh, would you look at that? A little baby Nugget. Aren't they adorable, when they're young? Don't get too attached, though. They're still mortal after all. So. get too close to them. They will get too close to them and make questionable life decisions. Let's see how much you like them then. Oh, another message. They don't stop coming. Maybe you should add a Spamspulte. Or at least one plague or something to call the herd. zweite generation und wo ist die andere da mädchen betty zweite generation gibt den nuggets einen namen haben wir gemacht kriminalität das ist das letzte mal richtig schief gegangen bei uns werden wir mal einen brunnen noch errichten ansonsten können wir bei der forschung kochutensilien schweißöle das noch nicht angeln wollen ja schließlich essen haben so es wird nacht evolutions tower da 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 so hier ist unser brunnen wir könnten wahrscheinlich über vertreten telekinesen ja einfach wasch oh gott die haben angst entschuldigung bisschen holz reinwerfen dachte da freuen sie sich na gut ähm wir bauen mal da trotzdem doch schon das archiv so und probieren wir es nochmal mit telekinesen habt doch keine angst so irgendwie ist es ja ein bisschen dunkel an der ecke wo wir grad sind naja das ist noch geschwärten brunnen pumpe ne noch nichts primitives kochen das könnte es mal langsam hell werden das spiel ist noch lange nicht fertig aber das macht einfach so mega spaß der summer sun ist exzellent für slow roasting ein paar nuggets Wasser speicher ich habe noch keine speicher verdammter schm oder schm es so es wird es das ist so Wir machen erstmal Wasserreservoir, dann wahrscheinlich Werkzeuge. Oh, die sind erwachsen geworden. Jawohl. Betty hat Hunger, Benni hat Hunger, Adam, nix. Ähm, genau. Genau, wenn ihr jetzt schon erwachsen seid, dann werde ich euch einfach mal miteinander verheiraten. Ja, Geschwisterliebe. Gott, die werden wohl alle viel Phrase werden. Naja. Warum ist hier so viel Schatten? Habe ich echt so eine flöte Stelle gesucht auf dem Planeten. Gut, schauen wir von ein Stück weiter oben. Habt ihr schon eine Hütte? Steinhütte? Steinhütte. Okay, bitte nicht stören. Okay, viel Spaß. Ein Kind. Okay. Du bist... Ähm... Irgendwas mit C, K... Carla. Dritte Generation. Dritte Generation. So. Wo ist das Kind denn hin? Ich hab's verloren. Da muss ja irgendwo ein Kind rumlaufen. Forschung ab. Forschung ab. Da ist es. Hat das schon eine Fähigkeit? Ja. Ein Knabberer. Na toll. Angeln noch nicht gelernt. Und... Geh weg hier. Nichts. Wirtshaus. Kommt hier hin. Einen Brunnen haben wir. Lagerplätze noch nichts, okay, na, es fehlt noch an allem. Ach, ist das schön beruhigend. Lassen wir langsam laufen. Lagerplätze noch nichts, okay, na, es fehlt noch an allem, okay, na, es fehlt noch an allem. So, schön Steine, Steine gibt es hier genug und Holz auch, mh, die sind fleißig, fleißige kleine Nuggets. Betty, Anna, Anzahl, Kinder, zwei. Kochutensilien entdeckt, jawohl, sehr schön. Können wir jetzt? Noch nicht. Ja. Auf Werkzeuge, ups. So. Oh. Ich beende mal Folge 1. Ganz. Da ist ja noch nicht viel Neues passiert. Egal. Tschüss, ciao, bye, bye. Ich denke, die Folgen werden jetzt wo täglich rauskommen, bis ich das Volk wieder ins Unglück gestürzt habe. Tschüss, ciao, bye, bye. Ciao, bye. Bye. Bye, bye.